Hallo und Willkommen bei Marius, eurem Kanal für die gepflegte Vermittlung von Wissen über das Wesen Brieftäuber. Da die Frage aufkam, ob der 529 überhaupt noch da ist, sage ich Ihnen nochmal in Lebensgröße sozusagen. Vielen Dank. So, dann wünsche ich noch einen angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.